Im Sequel Jumanji – Willkommen im Dschungel werden vier Teenager in die Welt des Videospiels gesogen und verwandeln sich in ihre Avatare. Bethany, nicht hingucken! Nein! Ich bin ein übergewichtiger alter Mann. Moment, wo ist mein Telefon? Schauspieler und Sänger Jack Black ist von der Spielidee begeistert. Mit dem Brettspiel, das zum Leben erweckt wird, brachte uns Robin Williams 1995 mit dem Original ein grossartiges Konzept. Die heutige Zeit eignet sich sogar noch besser für den Film. Uns standen Ressourcen und Technologien zur Verfügung, welche sie damals noch nicht hatten. Unsere Prognose lautet, Jumanji – Willkommen im Dschungel wird als modernisiertes Konzept mit den Stars von heute und jeder Menge Action das Publikum bestens unterhalten. Das gibt vier von fünf Schirmchen. Schwäche? Keine? Ich hasse dieses Spiel. Alle anderen haben tolle Sachen bekommen. Schwäche? Kuchen. Ja, Kuchen ist meine Schwäche. Danke! Untertitelung des ZDF, 2020